hallo meine lieben leute und herzlich willkommen zurück zu battlefield 4 wir spielen jetzt wieder eine map vom china racing paket und zwar den guillin gipfel heißt er und wir starten in dem heli und den wollen wir hier abschießen auch komm stürz ab dann haben wir direkt mal zwei kills anfangs gemacht und da wird schon ja wieso fliegt er jetzt so komisch also was macht er denn da ok anscheinend das scheiß zäunchen können wir nicht kaputt machen mit dem messer ok das ist unser so helfen wir mal kurz das ding hier einzunehmen wir haben einsatz ziel echo erobert warum nämlich mit dem dummisch halt mit das nehme ich da einfach alleine stehen könnte mir so ein schädel schießen das ding deiner position scheint zeitlicher soldat zu sein na komm spring da drüber junge na toll ich würde ihn ja gerade weg schießen so bei dir steige ich dann auf und weiter geht die wilde fahrt ich glaube da kommt irgendein bombenangriff das tut bestimmt nicht gut natürlich war es der feind der den eingesetzt hat ob dann sind wir hier am sichersten auch da kommt der bomber glaube ich noch nicht hin wir kontrollieren jetzt einsatz ziel delta gehen wir mal nach hier unten ich gehe mal zu c auch wenn da noch keiner ist von uns obwohl da oben geht es doch schon wieder ok der ist gerade umgefallen heute brauche ich da nicht zurückkommen was ist der typ ich dachte schon gerade hier kommt irgendwie noch ein motorrad angefahren wendlich deiner aktuellen position ist ein feindliches fahrzeug mich vielleicht mal ein bisschen besser hier rein legen so für den fall dass hier einer kommt dann nehme ich zwar den punkt nicht ein kann aber meinen teamkollegen vielleicht ein bisschen schützen ich habe sogar die meisten punkte noch unerhört aber wird jetzt gleich eh blase weg sein so nur noch f nimm mich doch mit da hinten geht es los ok ok da ist ein feindlicher scharfschütze nördlich deiner stellung hinten einsatz zu volkstrott ist jetzt unter unserer kontrolle ich bin mal gespannt wo die da sind bestimmt in dem haus der teil ist natürlich bestimmt hinten raus wir haben gerade einsatz ziel echo verloren c4 ist scharf aber das ding kommt jetzt nicht bei mir runter ah gut ich bin hier nicht auf mich schießen hab ich euch irgendwie ein bisschen verarscht wird mir aber leid was passiert wir haben einsatz ziel bravo erobert ich bin sogar immer noch erster was mich sehr wundert gerade wir haben einsatz ziel alpha neutralisiert wir haben gerade die controle über einsatz ziel der bullet drop ist einfach viel zu viel dafür ist die waffe auch nicht wirklich gemacht die große entfernung ich hab Sichtkontakt zu den feldlichen Soldaten nördlich von dir na komm mit deinem köpfchen raus war doch gerade noch ich bin gar nicht hier hier wir haben gerade die kontrolle über einsatz ziel alpha verloren ein gesetze hätte ich noch ein dann spring ich da eine wand weg hier wird angebracht hier wir kontrollieren ins krebsatz ziel echo hier nachschub für dich hier nehme ich denn hier so schnell da wo du hingeschossen hast war jetzt aber gerade gar nichts endlich hat ja lange genug gedauert ich lege jetzt dieses haus hier in schutt und asche und genießt das feuerwerk bäh das war mal ein häuschen ja ich hab die freundlichen einsatz ziel charlie ist verloren das war glaube ich keine so gute idee von mir ja hätte der nicht noch eine sekunde länger im kopf oben lassen können mhm einsatz ziel gold wurde gerade neutralisiert keine ahnung wo der jetzt ist versteckt sich vielleicht noch da aber wir haben gerade die kontrolle über einsatz ziel gold übernommen wir haben gerade die kontrolle über einsatz ziel delta verloren da ist er bestimmt nach f vorbei gegangen allerdings meine erste kugel jetzt im felsen stecken geblieben ist verstehe ich auch nicht wirklich oh ich bin noch nicht gestorben das wundert mich jetzt aber hab ich schon erwischt hab ich schon erwischt ja ich hab ihn noch erwischt recksack so ja 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 Wie schön, wenn ich hier was sehen würde. Ich habe einen feindlichen Scharfschützen genau nördlich seiner aktuellen Stellung besichtigt. Weiß das da einer? Wieso fliegst du denn jetzt so weit? Ich hatte ihn doch schon anvisiert. Mensch, flieg doch nicht immer weiter Junge. Ich habe da definitiv gerade einen gesehen. Ach, scheiße. Oh nein, ich habe auf 9 runtergeschossen. Verdammt. Hätte ich nicht beim zweiten Schuss versucht, auf den Kopf zu schießen. Egal wohin, es hätte gereicht. C4 ist gelegt. Er hat gerade Einsatzstiel Foxtrot verloren. Stimmengewirr. Sonst steht den M3 gegen Revolver. Es ist doch nicht schwer zu sagen, wer dann gewinnt. Hä, ja. Warum bin ich schon wieder in einem Team, wo nur einer andere habe? Okay, das eine Team ist voll. Wisst ihr was? Ich nehme wieder den Versorger. Der alles versorgt. Ja, Junge, wenn du mal nicht immer hin und her backen würdest, dann könnte man den Gegner auch vielleicht sehen. Alter. Du musst den Heli schon so halten, dass ich auch zielen kann. Oh, mein Mann. Oh, mein Mann. Achtung, Einsatzziel Echo wurde erobert. Wir haben gerade Einsatzziel Goff neutralisiert. So. Um Tarn schlagen wir uns aber eigentlich ganz gut sogar. Wenn der sich denn in die richtige Richtung drehen würde. Ich gucke auf den Gegner, steige ab und er guckt in die falsche Richtung. Das ist schon ganz toll. Das muss ich schon sagen. Ähm, ja. Wo sind denn jetzt die Punkte? Da ist einer. Ah. wir haben einsatz zu foxtrotz verloren da hat einer geschossen da hat einer geschossen ist das motorrad da stehen da bleibt doch stehen der bleibt da eiskalt stehen da hat irgendeiner gerade was in die luft geht also könnte das vielleicht das nächste ziel der gegner sein da bisher sehe ich noch keinen ich habe gerade schon schreck bekommen wir haben gerade die kontrolle über einsatz ziel delta übernommen also nur zwei punkte gehören uns nicht wo wo wenn ich das richtig sein habe unser teamkollege den anderen erwischt ist gut gute arbeit verdammt nochmal danke danke jung danke dir so geht die lass mich doch hier rein junge wir haben die kontrolle über einsatz ziel charlie verloren ja gott du sollst die richtig legen so geht doch was hat er gerade auf mich geschossen irgendwas war da gerade ich weiß allerdings nicht was es war ja keine ahnung an alle einsatz ziel folgstroth ist verloren Ah, das Flugzeug ist frei. Vielleicht könnte ich das jetzt auch mal einsetzen. Ich glaube, da mit einem Kill gemacht habe ich noch nie. Ich probiere es jetzt einfach mal. Mehr als in die Hose gehen kann es ja eigentlich nicht. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Hm. Hier ist nichts. Hier sind wir. Dann bombardieren wir hier. Ich glaube, eine Bombe schlägt im Berg ein. Und wie ihr seht habe ich wieder nichts getroffen. Ich denke mal, da wird wahrscheinlich ein Sniper rumrennen. So, den Stiftpunkt holen wir uns doch schnell wieder. Ah, ich fahr mal mit dir mit. Oh, ich bin ganz schön runtergerutscht, obwohl ich eigentlich am wenigsten aus dem Team gestorben bin. Einsatzziel verteidigen. Hm. Einsatzziel Echo wurde neutralisiert. Ja, jetzt haben wir es aber fast geschafft. Hier den Stützpunkt einnehmen. Dann könnte es das schon gewesen sein fast. Okay, alle wollten auf Squad. Das Ding ist schon voll. So. Wir können einfach noch einen erwischen, bevor die Map zu Ende ist, aber ich glaube irgendwie nicht mehr dran. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Aber wir haben die Runde eigentlich relativ souverän gewonnen. Krillz haben wir auch ganz gut gemacht. Und damit verabschiede ich mich. Und bis zum nächsten Mal. Hau drei, Leute. Bis wär's later. Absolutely.